Als Aston Martin 1913 gegründet wurde, hat wohl niemand damit gerechnet, dass ihre Luxuswagen eines Tages weltweit das Böse bekämpfen würden. Der Markenkern von Aston Martin liegt in außerordentlicher Schönheit. Jeder Wagen wirkt ausgeglichen und perfekt geformt, egal von welcher Seite man ihn betrachtet. Und dank des Einsatzes dieses goldenen Schnitts zählen Aston Martins heute zu den schönsten Autos der Welt. Über 50 Jahre lang war der Aston Martin auch die erste Wahl des Superspions James Bond. Seit im Jahr 1963 mit Goldfinger alles begann, haben sich Aston Martins wiederholt mit den gefährlichsten Schurken der Filmgeschichte angelegt. Nach Goldfinger musste die Produktion des DB5 aufgrund einer enorm gestiegenen Nachfrage verdoppelt werden. 50 Jahre später feierte er in Skyfall sein Comeback, dem neuesten und erfolgreichsten James-Bond-Streifen. 2.2 2.3 3.4 3.5 5.5 5.4 8.11 9.8 9.9 Vielen Dank.